Facebook meldet 500 Millionen Mitglieder und Aufmerksamkeit zu sich in der Presse-Schündung erscheinen. In einer Version der sozialen Netzwerke, die soziale Kunst mangelt an einem Gefühl, wie auch ein sechster Sinn für Privatschere im digitalen Raum oder Abenteuer. Für diese neue Offenheit ist eine Strategie, sich über Konventionen wegzweig und kollektiv und auch die Öffentlichkeit informativen zu tun. Facebook folgt als Indikator für soziale Inkompetenz. Tanzen mit dem Wind im Takt, fühlen wir den Nebelschein, singen diese Nacht verkrackt, stürmen wir die Pfinze ein. Träumend in der Wirklichkeit, lieben wir das Blitzenlicht, im Regen tanzen wir befreit, bis jeder Tropfen zerbricht. Doch sieh in deine Welt hinein, retuschierter Sonnenschein, jeden Tag die Wahrheit neu und meint sich niemand treu. Glitz und Donner sind im Fort, Einsamkeit an diesem Ort. Denn es gibt kein Regen, nicht im Internet rumgehen. Um uns aufmerksam können Sie sich auf und präsentieren wir uns online, in einer Version, ohne Schöpfung und Marken. Wir haben hunderte Freunde und können trotzdem nur ein Züge. Für die Fühne der Möglichkeiten fehlt uns schlicht die geistige Kapazität. Tanzen mit dem Wind im Takt, fühlen wir den Nebelschein, singen diese Nacht verkrackt, stürmen wir die Pfinze ein. Träumend in der Wirklichkeit, lieben wir das Blitzenlicht, im Regen tanzen wir befreit, bis jeder Tropfen zerbricht. Es handelt an einem Gefühl, einem wechselnd Sinn, für das Gewerkswerte und digitalen Raum, die Strategie, die Konventionen wegzusetzen, so dass wir uns kollektiv, die Öffentlichkeit und Informatik auf die Jugendseglichkeit eines lieben Förderungsprogramm wird. Lachend in dem Tanzverklügel, spüren wir die Macht von mich. Hüpfend auf dem Berg der Lügen, stürmen wir bis Herz verpricht. Feiern unter Wolkenbruch, tanzen wir Hand in Hand. Im Regen tanzt mit dieser Welt, die uns zusammenhält. Doch sieh tief in dich hinein, was bleibt dir von dem Sonnenschein, wenn du keinen Regen spürst, wie den Schicksalswirt verführst. Datempfakt, denn nicht mehr dort Entheitsamkeit an diesem Ort, denn es gibt kein Regen, wenn du im Internet umgehst. Doch inzwischen sind unzählige soziologische Studien entstehen, die belegen wollen, das soziale Netzwerk, die soziale Kompetenz, wie auch die Glückseligkeit eines jeden fördern oder aber bedrohen. Tanzen mit dem Wind im Takt, fühlen wir den Nebelschein, singen diese Nacht vor Kraft, stürmen wir die Pfinzen ein, träumen in der Wirklichkeit, lieben wir das Blitzenlicht. Im Regentakt sind wir begreift, bis jeder Tropfen uns erpricht. Seien 200 Kontakte oder mehr, zeichnen nur ein sozial, eher inkompetent, persönlich. Aber es gibt Aufmerksamkeit, als zu sichern. Wir sind fänglich von Seism und Grenatsphären, digitalen Raum, soziale Kompetenz. Traum und Zeit im Glitz regeln, lauter tünt der Donnerschein. Donnerschein angespannt, was jetzt passiert, vernehmen wir das Takt der Gnaden. Freuend über Regenwürfen, fühlen wir die Glücklichkeit. Donnerblitz nun endlich da, der Schauert ist, der uns befreit. Und nun ist auch deine Zeit, das Internet vergangen ein. Ich sag dir, was du dort vermisst, ist, dass du eine Einheit bist. Mit Regen, Donnerblitz und Zeit mit Glück, Not, Tanz und Sonnenschein. Es gibt kein Regen, es wird dann hinten rumgehen.